Also, ohne Scheiß jetzt. Auf euch kann man sich echt verlassen. Weil so oft ich da war, so oft waren wirklich wahnsinnige Leute hier. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und heute gekommen seid. Dankeschön! Und das ist nicht überall so und deswegen finde ich das wirklich besonders. Besonders, dass ihr heute so früh am Abend standen seid. Also, mir fließt nicht so früh. Normal schlafe ich bis länger. Aber heute ein bisschen früher aufschlagen. Meine lieben Freunde, ich mache zwei, drei Songs. Und danach werden wir Autogramme geben und danach auch Fotos machen. Weil ich glaube, das gehört dazu. Und ein Lied. Nochmal. Das tut gut, das tut gut. Geboren und nicht zu lieben, kennt das irgendwer? Eine Riesen-Nummer, was nicht geschrieben hat, was wir gemeinsam gesungen haben. Und wirklich extrem erfolgreich war. Das war der Hit des Jahres 2016. Ja, Mann. Liebe Freunde, geboren und nicht zu lieben, das geht's. Und wie ich bin, bin ich geboren. Das Album von Erzten heißt nicht nur so, sondern ist tatsächlich von Erzten. Ich habe mir wirklich in den letzten Jahren Zeit genommen, weil ich, ja, natürlich auch Erwachsene, Erfahrerle und in dem Sinne einfach auch Sachen ganz anders sehe wie früher. Und ich denke mir, dass man einfach dazu stehen soll, so wie man ist und das auch so durchzieht. Die Nummer, lebt deinen Traum. Wir sind in dem Sinne genau das, wo ich sage, auch wenn man keine Chance hat, dann kann man sie nützen. Ich habe damals mehr oder weniger, noch weniger Chance gehabt und ich habe es durchgezogen. Und das wünsche ich jedem, der was irgendwo einen Traum in sich hat. Meine lieben Freunde, lebt deinen Traum. Meine Damen und Herren, DJ Hölzi live von dir im City-Karen in Magdeburg. Jetzt kommt das allerbeste, ne? Ja, jetzt schreit mal. Jetzt könnt ihr DJ Hölzi alle mit nach Hause nehmen. Und zwar auf CD mit Unterschrift. Denn wir kommen jetzt hier zur Autogrammstunde. Die Autogrammstunde, erstmal bitte noch einmal einen riesen Applaus. Vielen Dank, DJ Hölzi, dass du bei uns bist. So, die Autogrammstunde, die Autogrammstunde, die läuft wie vollkommen. Auf dieser Seite geht es herein. Dort gibt es die CD für sagenhafte 15 Euro, wie gesagt. Und hier gibt es dann die Unterschrift. Wir bitten darum, dass möglichst jeder, der hier heute hereinkommt, sollte möglichst eine CD in der Hand haben. Das wäre sehr schön. Wir dürfen euch jetzt viel Spaß wünschen hier bei uns.